Jump Gamer, du bist ein dreckiger Lügner. Von wegen, das Spiel startet nicht auf Steam hier auf dem PC. Ne, ne, wir haben es jetzt gerade offiziell widerlegt, dass es geht. Also, Jump Gamer, hör auf zu lügen, du dreckiger Lügner. Und ja, genau solche Lügner sind diese Leute, die dich mitmachen wollen bei der Aufnahme. Ich habe wirklich, Leute, no joke, fünf Leute angeschrieben, um raus zu finden, der bereit wäre, für die Finale-Aufnahme mitzumachen. Viele haben gesagt, ich kann, ich bin krank, ich bin auf der Arbeit, meine Kumpel sind wichtiger, bla 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 bla. Und dann hat ich es geschafft. Ich hatte den männlichsten und treuesten Zuschauer in der Community gefunden. Und der war bereit, mitzumachen. Darf ich vorstellen? Blutrose. Tackchen. Ja, ich weiß, viele werden bestimmt denken, oh Gott, eine Frau. Ne, ne, es ist ein Mann. Was? Die Schnauze. Das war jetzt kein Brot gegen dich, Mann. Mal raus, denk mal was anderes. Sorry. Da, für die, die jetzt erst, die die Damen das erste Mal hören, ich wusste mal, dass du mal klarstellen. Ich wollte klarstellen, dass du, dass niemand auf falsche Gedanken kommt, weil es gibt Leute, die kommen immer auf falsche Gedanken und das, das, das müssen wir vermeiden. Ja, ich glaube mir, ich bin das schon gewöhnt. Weil ich mir damals vor ein paar Jährchen, nachdem ich den Namen Wafu wegen einer gewissen Sache nicht mehr nützen konnte und nämlich auch Flutrose umgenannt habe, dann war ich so aufpassiert, oh, ich dachte, du wärst schon weit mit dem Namen. Das ist nicht viel zu oft passiert, viel zu oft. Ja, und heute machen wir die letzten zwei JPs. JPs, wir fangen an mit dem Samba Cup hier. Samba. Wow, warum muss ich gerade wieder an PCs denken? Na ja, die eine Software auf Linux hier, heißt sogar Samba, no joke. Was für eine Software? Samba, damit kannst du auf Dateien zugreifen. Also das finde ich eine Datei zugreifen. Explorer, Explorer mäßig dem Sinne. Also du kannst über das Netzwerk auf die Dateien von dem PC zugreifen. Ja, hört sich jetzt nicht so spannend an. Na ja, wird aber eben Samba im Arbeitsumfeld jetzt ja auch verwendet. Und alle, die sich mit SMB auskennen, wissen ja, wovon ich rede. Na gut. Wow. Amigos, sei vorne. Na gut, sei denn, ich drecke. Aber wir werden diesen dummen Affen noch entdrohen. Ich gehe ewig her, dass ich das Spiel mal wirklich viel gespielt habe. Ich auch! Also, dass später die Rennen auch schwer werden, weil die Strecken echt schwer werden. Oder war das... Das geht. Also, ich meine, hallo? Ich hasse immer die Monkey Ball Strecken mit ihren nur 90 Grad Abzweigungen. Ach, weil es zu Pharaonen reich. Ja, die haben nie gerade normale Kurven. Frauen und Kinder zuerst, aber erst auf mir. Halt dein Maul, Alter. Erst wenn Kommentatoren gefistet. Ach, Moment mal, wir sind ja auch Kommentatoren. Scheiße. Tja, soll ich dir dann jetzt mal zweimal überlegen. Und Eggie geht ab hier. Ich kenne die Strecke gar nicht mehr. Ist eine meiner Lieblingsstrecken sogar. No joke. Sieht aus wie diese Rutschen bei einem Ding. Im Vergnügungspark. Na klar, dann soll ich es auch erinnern. So soll ich einfach Glingspark sein. Auch hier in Deutschland. Ja, genau. Am besten soll ich dann auch mit irgendwelchen arschschnellen Rennautos drauf fahren. Na klar. Einer Tails! Und Tails ist ja auch wie zwölf oder so. Der darf ruhig schon im Flugzeug fliegen. Ich, der Tails will mein Arsch. Du bist ja Sonic. Wenn eine Sache Tails kann, dann ich ja Sonic hinterher renne. Ja, der will mein Arsch. Oh mein Gott. Hier, Eggie, friss. Du Hure. Ich dachte, die Sterne tun dich abbremsen. Keine Ahnung, eigentlich hätte sie mich abbremsen müssen. Ich habe durchgeflogen. Keine Ahnung, ich bin halt zu krass wahrscheinlich dafür. Das ist der Grund. Das ist mein Vorteil. Mein Arsch. Und übrigens, weißt du, wer gerade in der Nähe ist wieder? Amy. Hä? Nee, Eggman, Eggman. Wieso habe ich den nicht getroffen, Alter? Ja, es kommt wirklich drauf an. Es kommt davon, ob ich Eggie noch gefisstet kriege mit der Faust oder auch nicht. Entschuldig nicht. Irgendwann habe ich doch gefisstet. Ja, irgendwann hast du richtig gefisstet. Halt von vorne. Oh mein Gott. Oh, Eggie. Der Eggie hat mein Rainbone gespürt. Das tut ja nur die Steuerung umdringen, gell? Nee, eigentlich nicht. Du siehst nur nicht so wirklich. Das ist wie Bloobard. Das ist der Bloobard im Sinne von... Ja... Von dem Spiel. Ja, ich sag mal so. Der Rainbone, wenn du als Spieler hast, das juckt dich fast gar nicht. Ja, aber die Gegner, der Eggie ist ja richtig weggeflogen. Na klar. Und Shadow wird zu einem krassen Motorbike... Oh Gott! Stereoanlage! Rennfinding? Ja, Lautsprecher. Stereoanlage. Jetzt ist alles verstanden. So, erstmal nochmal hupen hier für die Quote. Hup! Ja, die drehen wirklich durch. Alleine wegen meinem Skill. Das ist das Geile. Einbildung ist auch eine Bildung. Ja, wobei im Spoiler des LPs war dieses Mal pfölflich worden, dass dieser Typ noch nicht den Horror gesehen hat. Doch, er kommt ja noch. Ja. Das kommt ja alles noch. Das wird man noch alles sehen. Und da bin ich ja gespannt. Ich frage mich, warum Kyriens Menschen kommt ja aus House of the Dead. Aber ich schätze mal, in irgendeinem Land ich dieses Spiel verboten will, weil es so brutal ist. Und deswegen konnten sie es nicht House of the Dead nehmen. Aber im zweiten Teil nennen sie es dann House of the Dead. Yes! Oh ja, jetzt kommt wieder eine geile Mucke. Und auf den Highway. Äh, Tails! Mein House kriegst du trotzdem immer noch nicht. Hier, ich wollte dir mal eine Chance geben. Ja, ich kann es auch. In der Mitte. Alter, ich gehe ab hier. Wait a half. Strecke ich ja auch gut. Das ist ja auch eine awesome Strecke. Okay, da kam gerade eine Riesen-Rocket. Das Lied, da fehlt einfach die, der Gesang bei dem Lied, echt. Ja. Stimmt, das ist doch der selbe, ich frage mal, das ist der selbe Soundtrack, der bei, ja, hier, sehr geschlossen als Tennis Week gekommen ist. Oh, okay, gut, das war jetzt geil. Das war jetzt richtig geil. Ja, richtig. Noob. Alter, wow. Ich sag's nicht mal, das ist doch von daher. Weißt du, ich, ich kenne das Lied mit, äh, mit dem Gesang und die ganze Zeit versucht, meinen Kopf, mir in den Gesang reinzuhauen, weil der eigentlich da sein sollte. Das nervt. Jetzt kommt wieder das Eki-Lied. Das würde ich nicht so behaupten. Ja, wir sind die Best Friends forever. Ja, Eki, das hab ich mir schon fast gedacht. Jetzt mach mal Tails kaputt. Ich mach gleich Tails kaputt. Hier, guck mal, der hat selber kaputt gemacht. Der hat, der hat gesehen, Chaos ist das größte Vorbild, deswegen mach ich das auch mal. Der hat gesehen, dass er doch immer noch nur im Schatten von Sonic stecken wird. Wow, das war jetzt wirklich ein Sinn. Ja, aber soll ich es doch? Wow. Ich, ich, ich hab mich, ich hab mich so aufgehalten, der Kung-Fu-Strahl, das, das hat mich so verwirrt, dass ich doch gar nicht richtig fahren konnte. Die Macht des Regenbogens. Ne. Ja. Eine sehr, ich weiß nicht, der Regenbogen, übrigens, by the way, das war eine Sternschnuppe. Hier. Ha, ha. Können wir jetzt eigentlich sagen, dass Sonic und All-Star Racing, äh, die Hupe erfunden hat und die dann Mario Kart kopiert hat. Können wir vielleicht sagen. Ich mein, auf einmal in Mario Kart 8 gab's die Hupe und sie überfüllt genau denselben Zweck wie hier. Übrigens, ich überlege gerade, du warst bei dem einen Kommentar, war das auf diese MKV-Geschichte bezogen, wo ich mal gefragt habe, ob ich MKV bringen soll? Ne. Nein, kein bisschen. Okay. Ich muss daran mich nicht mehr erinnern. Welches Kommentar überhaupt? Irgendwas klar kannst du gerne machen oder so. Ich weiß aber nicht mehr, ob was es war. Ach so. Das war wegen, äh, ob du mit Kommentatoren reinhauen kannst. Ach so, ach so. Ich dachte, es wäre wegen MKV, hätte auch sein können. Aber heute bei der Skizze war wirklich Fähn sehen, bei den Motorrad-Action-Dingern. Weil ich kann kein Motorrad. Ich hasse Motorrad. MKV habe ich seit 10 Jahren nicht mehr gespielt. Ich auch. Da sind wir beide auf derselben. Aber ich würde heutzutage wahrscheinlich lieber MKV spielen als MK8. Kann mal ein neues Mario Kart auftauchen. Das kotzt mich an. Ja, da kommt das, da kommt das Redshare-Massaker. Wie bitte? Dann komme ich mit dem Redshare-Massaker. Achtung Leute, nur so zur Vorwarnung. Ich habe so ein fettes Luck im Mario Kart 8. Ich kann jedenfalls sechs Redshare-Sinnaner wegbekommen. Dann bin ich so, dass ich der größte Abfucker. Dann reiße ich jeden in den Tod. Mario Kart 8, ich bin einfach neun Jahre alt oder acht Jahre alt inzwischen. Und bei Fahrt seit dieser Zeit immer auf den gleichen Scheiß-Strecken. Oh, sie knallt sich alle ab. Oh mein Gott. Übrigens, wenn er frei fährt, was passiert, wenn man runterfällt. Nochmal so zur Erinnerung. Ihr sterbt. Wobei, doch geht's ja hier auch. Das ist doch hier das Thema. Ja. Ich weiß, das ist unpopular opinion, aber kann man ja hier coolens anwesendlich irgendwann mal zu Depardella mit hinzufügen. Wäre doch mal so richtig geil auf Wohlstand. Wenn wir schon letztes Mal von Depardella zu fassen, dann können wir doch sogar mal ins Gespräch bringen. Diese, dieses, dieses Haus. In Depardella, Alter, ey, das wäre so. Oh. Das wäre doch. Keine Ahnung, ich spiele kein Depardella. Ja, aber ey, das wäre so awesome, Alter. Ich würde mir das so, ich könnte mir das so geil vorstellen. Es kommt ja ein neues, es kommt ja ein neues Haus auf der Dead raus. Beziehungsweise ein Remake vom ersten Teil. Mit eben den Anwesen. Theoretisch gesehen, wenn du Glück hast, passiert das wirklich, wenn die das irgendwie als, weißt du schon, als Werbung halt nützen für das neue Remake. Ja, aber wer, aber wer könnte dem Sinne hier der, der Killer sein? Das ist die Frage. Der, der, der Magier. Oh, hey, Big überlebt die Führung. Wurde aber gerade in den Selmobil weggehoopt. Ja. Sorry, dass ich halt Fake nicht verbreite. Der letzte Boss aus dem Merchantile könnte man benutzen. Das Problem, ich habe das nie gespielt, das ist mein scheiß Problem. Ja, kein Wunder, du bist auch, also du bist Deutscher und das ist nicht so ein verbotenes Spiel. Echt? Ja, das ist nicht arschbrutal. Das ist nicht brutaler als manch moderne Spiele immer noch. Und das waren die 90er, da wurde noch, war das noch nicht so ein Ding. Alter, war der Zobio da auch so brutal? Der Zombie-Hun? Ja. Was für ein Zombie-Hun? Der Zobio. Achso, ne, die tauchen gar nicht auf. Das war ja noch ernst, das war ja wie Wesson Diebe gemacht. Das war ja, deswegen ist das auch so ein Herrenhaus. Weil das total, du merkst halt richtig, wie das an Wesson Diebe angelehnt ist. Achso. Ja. Ähm, eine Frage, wie kann es eigentlich sein, dass ich mal vorne bin? Das geht? Na klar, könnte es sein. Ja, ich weiß. Fahrstuhl gerade gut. Nein, kaum sage ich, fahrstuhl gut, berührst du die Wand. Wow. Das ist halt, Let's Play-Regel Nummer 1. Sag niemals, dass es gut läuft, dann läuft es scheiße, dann bist du bestraft. Also, Let's Play-Regel Nummer 1, die ich lerne, ist, habe keinen Orientierungssinn in den Spielen. Jeder scheiß Let's Player verläuft sich in jedem scheiß Spiel, das ich angeschaut habe. Ich hab noch keinen Let's Player gesehen, der einen guten Orientierungssinn hatte. Da kennst du mich ganz, ganz schlecht. Die Sache ist, ich kann mir selbst Minecraft-Gänge merken, wo ich lang gelatscht bin. Das kann ich nicht. Ich hab immer Angst, zu weit von weg von meiner Basis zu gehen, weil dann finde ich die nicht wieder. Ja. Ich hab mal mit meinem Kumpel gespielt, im Sinne, hier, netter Festung. Ohne mich, wäre wir nie wieder zurückgekommen. Ohne mich wäre es nie gelungen, weil ich das einzige Weg genau wusste. Und das war ein langer Weg, das war über 1000 Blöcke, also von daher. Ich hab ja bis jetzt nur Let's Play von dir geschaut, wo du das Spiel eh so gut wie ausfindig kennst. Ich kenn schon nur sowas. Also, wo du eh schon ganz genau weißt, was du machen musst und wo du hingehen musst. Nicht ganz, also, Spoiler zu Sonic 26, ich hab das nicht gewusst, Alter. Ich hab mich selbst mit dir nachgeguckt und dann einfach nur nachgemacht. Ja, ja, das, das hast du ja auch gesagt, weil, das. Und aus welchem Sonic spiel ich das Lied? Ja, klar, Sonic Adventure. Ja, Windy Valley. Viele fragen mich immer noch so, wie kann man Mission 53 schaffen? Bei Sonic 2006 oder wo? Nee, Sonic Adventure, Mission 53, das beim Skateboard hier in Ice Cap. So, kann nicht ganz schnell sein. Mit diesen drei Sprüngen. Ich hab die Mission nie gemacht. Ich hab nie so, äh, Mechasonic freigeschaltet. Was kann der überhaupt? Gar nichts. Das ist richtig langweilig. Dafür, was du dafür machen musst halt. Du musst ja alle Missionen schaffen, das ist schon ein bisschen bescheuert. Naja, auf sich springt ihr, um diese ganzen Minispiele freizuschalten. Ähm, ja, wofür gibt's Immolatoren nochmal? Sind die überhaupt die Minispiele noch in den Playstation 3? Und so, also, ne. Ey, der ein PC ist noch drin, das kann ich so bestätigen. Ja. Booth. Hab ich nie freigeschaltet. Ich weiß auch, wo ich mir irgendwann mal, ich hatte halt ewig Sonic Adventure für das Ding, für den PS3, und da hab ich mir irgendwann mal die EXO-Oriante geholt und da war einfach nichts Neues dazu. Nur halt die neuen paar Missionen, die ich eh nicht gemacht habe und so das Mecha-Sonic, den ich nicht freigeschaltet hab. Hab ich gefühlt, Geld umsonst ausgegeben. Wie nervig. Ja, geil. Ich hab ja letztes Mal Sonicvania sogar mal gekauft, hier für, wie viel waren das? 1,80€? Ja, das war mega, 1,99€, genauso wie Team Sonic Racing für 4€ bei Steam. Oh ja, das war, ich dachte, so, what the fuck. Oh ja, alle, die bei den Bielen, ihr seid so dumm. Und gerade bei Humble Bundle kriegst du für irgendwie 8, 9€ zum Sonic-Geburtstag halt, auch gefühlt jedes Sonic-Spiel auf dem PC, das es gibt halt, wird das Geld. Ich hab halt schon alle, außer Sonic Mania und Sonic Forces. Deswegen, ah, ich würde so viele doppelt kaufen. Der Force brauche ich nicht, das habe ich auch bei einer Xbox. Ich hab das halt gar nicht, ich hab das bei meinem kleinen Bruder auf seiner Playstation 4 durchgespielt, weil der das halt mal umsonst bekommen hat durch Playstation Plus. Und Mania habe ich schon auf der Switch und ich hasse natürlich das Spiel immer noch. Oh Mania, das war damals so, das, das war damals so eine dumme Sache gewesen. Ich wollte damals physisch kaufen. Gebs hat gesagt so, ja, es gibt es physisch, am Ende ein paar kurze paar Tage, wo ich sage, so, ja, so, wir haben dich veracht, es gibt es hier physisch, es gibt es digital. Ja, und dann kam die Plus-Variante, ja? Na, dann muss ich mir, dann habe ich mir auf der Xbox die Digital gekauft. Vor allem, die haben es auf der Seite so angepriesen, es gibt es physisch. Wow. Ich meine, das ich hätte so viel, äh, schau mal retro. Und die meisten so, keine Ahnung, kennst du vielleicht diese Limited One Games, bla bla bla, das sind immer irgendwelche Retro-Spiele, da meistens dabei, die dann halt einen physischen Release bekommen. Ich weiß nicht. Da gibt es einen großen Markt dafür. Oh Gott, ich fliege. Kurzes Kommentar zur Strecke, und ich fliege. Und dann noch, wie gefühllos gesagt, einfach nur. Ja. Weißt du, Eivind kommt hinterher, und ich bin so... Wow. Hast du noch den Sprung gesagt? Ja, ich bin Jesus halt, ich kann halt alles. Ich bin Jesus Sonic the Hedgehog. Jesus the Hedgehog. Der neue Fan-Fiction-Karaktor von Sonic. Oh mein Gott. So, jetzt kommt... Ja, was kann er? Ach, keine Ahnung. Er kann fliegen. Supersonic ist out. Jetzt kann er das auch normal. Er kann im Weltraum atmen. Wow, die geile Aufstellung. Der ist dritter, ich hätte auch zweiter Sonic-Empfer. Der hat das nicht doch Sonic-Racing, ich weiß. Oh Gott, der letzte Pokal. Warte, der heißt Affen-Poker. Sind da jetzt nur Monkey-Ball-Strecken drin? Ich hoffe nicht. Oh, jetzt kommt das Finale, und fürs Finale ist mir ein Charakter aufgehoben. Jetzt kommt der mit seinem fetten Monster-Druck hier. Und ich kann sagen, die Strecke werden so episch. Affen-Zie werde ich hassen. Ich werde Affen-Zie so ausfallen, hassen und verkacken. Das werde ich jetzt schon kommen. Also Affen-Zie ist wirklich der größte Up-Fuck. Vor allem am Ende der letzte Teil der Strecke. Der ist so richtig... Der ist so 8. Ja, ich würde es dann sehen. Und ich hasse die Sonne, wo ich kacken will. Kennst du Affen-Zie nicht mehr? Oder hast du es noch nicht gesehen? Nee, also... Da wirst du, da, ich sagte, ich sagte, wenn ich das gesehen hätte, wirst du dir als erstes fragen, wer kann auf die Idee, das zu erstellen. Ich meine, bei der Son-Sega-Ages, also bei Transform, gibst du diese Ages-Strecke, gell? Wo dann auch... Warum sind da Busch-Pads? Die Binnen machen nix anderes aus, als dass du aus der Strecke fliegst, wenn du zu schnell bist, um die Kurve zu schaffen. Ja, zeig dir, wie es geht, Tails. Fahre! Und das wird vorbei! Bec, wenn du deine hässliche Faust auspackst. Ja, weißt du, wenn Eggman neben Big steht, da ich halt nirgends wo mehr Platz. Die beiden verbrauchen alleine einen Vierer im Zug. Ohohoho! Das war's auf Front. Weißt du, wir spielen Eggman, aber es ist Super Sonic Racing! Ja, Super Sonic Racing! Das wäre gar nicht, was ich gerade anders. Ich habe auch vorne gespielt, bist du mich verarschen? Ähm, oh mein Gott, ich werde so, gerade so hops genommen hier. Ohms. Ich bin so am Arsch. Verreckt! Da ich erst ein Klick krieg, sie ist ein All-Star. Na, muss ich jetzt mein Item kriegen, ne? Ja. Ja, unser erster All-Star. Freie Fahrt voraus. Ich hab' keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ich auch nicht. Bombenbowling! Du meinst ne Bombenstimmung. Ja, klar. Mann, war das schlecht. So, Alter. Brombs! Nummer 2! Hi! Okay, wir sind schonmal auf dem Deckweg wieder erster zu werden. Alter, Shadow! Alter, wie weit ich da vorne? Ich werde alleine den holen. Hahahaha! Auf dritten Platz? Yeah! Der Gino ist auf der Straße! Wo ist der? Oh, die Leiste geht mal kleiner. Der ist schon in dem Bereich. Ohne Raketen haben wir keine Chance, den zu holen. Das wollen wir natürlich auch noch den ersten Platz sein, ne? Der ist im Ziel. Ah! Schaffen wir das noch 200 zu werden? Ja, klar. Ja, locker. Den konnten wir noch verteidigen. Alter, was war denn mit Shadow abgegangen? WTF? Das war ja... Wow! Der war's really strong von ihm. Ich glaube, der Shadow ist unser Rivale hier. Ich hab's nur, dass du... Ich hab's im Gefühl. Was denkst du? Ich hab's nicht richtig verstanden. Hast du... Denkst du auch, dass er unser Rivale sein wird, der Shadow? Ja, ja. Sorry, natürlich. Er wird uns hassen. Er wird uns... Töten. Doktor. Der Dinoberg. Die Strecke mag ich ja auch nicht. Oh, noch Vulkanomusik. Geil. Vulkan-Kreis. Da wird übrigens dann auch Shadow hängen. Wenn das Rennen vorbei ist. Ich bin schon gespannt auf Affenzirkus. Affen-Zielen, wenn's wollen. Affen-Zielen, ja. Du willst mich leiden sehen. Sag's doch klein. Mal schauen, ob du überhaupt leiden wirst. Vielleicht hast du ja Glück. Oh Gott. Das Dumme ist hier bei der Stelle. Du darfst hier nicht tricksen. Wirklich, wenn du trickst, stirbst du. Dann fliegst du... Ja, okay. Wenn du dann zu viel Ding zu weit fliegst. Okay, du stirbst schon. Was? 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 Oh Gott, Shadow holt ab. Der Doktor holt an. Und er geht zum Gegendangriff rüber. Shadow kommt mir nicht. Ich lass die nicht hier kommen. Ha- Oh, Amy! Diese verdammte Hure hat mir mein Item genommen. Ich hol den jetzt. Ich seh den, Shadow. Ich hab Buß! Ich hab Buß! Die Wand hat dich lieb. Danke, dass du das auch noch so beschreibst. Deine Beschreibung macht das immer noch perfekter, ja. So, und jetzt vor der Kurve. Rakete bitte. Oh ja, Mine. Ich mach einmal Boosten. Einmal kann ich. Einmal kann man Boosten, aber nicht zweimal. Wie langsam, wenn du aufhörst. Das war nicht mehr zu schnell. Bist fliegst du. Ja. So, jetzt holen wir Shadow. W- What the fuck? Eigentlich bist du voll durch die Explosion gefahren. Amigo macht sie fertig. Stop! 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 Oh nein, stimmt. Darfst du sagen, er darf er sein. Oh, jeckt mich doch! Der Shadow geht ab zu sehr. Wenn das die nicht trifft, dann raste ich aus. Doi. Ist er die getroffen? Ja, gemoin! Na. Oh, jetzt. Äh, wo bin ich jetzt? Ah! Ich hab die Strecke nicht mehr gesehen. Oh, wie kann man eigentlich übrigens neu starten? Was? Man kann neu starten? Aber nur das rennen und das ganze Cup. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja, mach halt. Ich glaub nicht, dass du noch gewinnt. Ja, definitiv nicht bei den Items. Welches Schwarze, Alter. Bist du ja Rassist, oder was? Ist euch mir derselbe Scherz auch eingefallen? Aber ich wollte ihn nicht fangen. Ich probier's einmal aus. Ich mach's noch einmal für euch! Ich drück einfach drauf. Wow! Das ist hier voll unfair! Du kannst echt die Hände nicht tauchen! Was zum Fick! Äh, wir tun uns, wer das erste Radie existiert hier, ne? Ja. Wie verschweigt der an Existenz? Ich steil's doch da auf Dabe raus! Genau! Äh, ich muss da drinnen, sonst kapiert doch keiner den Satz. Sonst kapiert doch keiner, was für Trottel die alle sind. Oh nein! Ein Pilg stürmt gleich! Oh, Pilg stürmt, bitte! Waz? Waz? Oh ne! Ich hab Sonic out! Ja, der juckt nicht, du musst... Shadow ist das Ziel. Eggman wohnt nicht nur, der zeigt gleich wie man fährt. Eggman, ich hatte typisches Schwergewicht, eh. Hat hohe Hochgeschwindigkeit, aber fährt sich halt. Bisschen, hey. Ich seh's eh. Hey, gell. Ey, das ist so eine unfaire Strecke, ja, das ist doch... Tess, kannst du nicht besterben? Ich könnte eine Aussage brauchen. Attacke! Okay, irgendwen hat's weggehauen. Oh Gott, da vorne crachs. Sie kämpft... Und wo hast du? Kommentieren gelernt, bitteschön. Das machen sogar wir besser als du. Ja. Wow. Ich werd nicht mehr dafür bezahlt. Ich auch nicht. Ja, der Typ ist schon. Oh mein Gott. Hallo da. Alter! Oster! Die haben einen Oster! Was ist das für eine beschissene Scheiße! Und Items haben die auch noch. Das ist ein Stück Mario Kart. Es fühlt sich an wie Mario Kart, ne? Also im Mittelfeld auf jeden Fall, da kriegst du dauernd Items ab. Wenn du einmal vorne bist, kannst du so abzuschneiden in dem Spiel. Du musst weiß, was klingt, ob das nach vorne kommt. Ich weiß nicht, die kriegen alle die Hakkais und ich krieg grad nur so eine Mine. Ja, als Sexter. Ich muss grad nur zwei Leute hinter dir sind. Macht Sinn, ne? Ja. Guck mal, ich kann mit meinem Boost so weit nach vorne kommen, ne? Jetzt kann ich wieder gegenseitig die Eier ab. Naja, gut. Und schon die scheiß Rakete. Ich krieg keinem Oster. Kein natürlich... Ja auch. Ich krieg kein Oster, ne? Oh, ich krieg den Oster und mir kriegt nichts. Was ist das? Das ist Betrug. Halt deinen Maul, Alter. Ich krieg kein Items. Was ist das? Ich zeig das Spiel an. Ne, wisst du was? Bedroh, das mach ich jetzt... Ich mach das einfach... Cut! So, letzte Runde. Der Kommentator macht hier wieder meinen Text klauen. Das ist wieder mal so richtig unfair, etc. Wir kennen es alle miteinander. Und ich bin irgendwie Erster. Ich hab meine Cheetah-Tricks jetzt angewandt, weil anders kann ich mir jetzt gar nicht mehr helfen. Du musst doch irgendwie die Betruggebiet ersetzen, ne? Und was? Du hast einfach Start gedrückt, dann R1, R2, L1, und so. Du hast einfach den Konami-Code eingetippt. Keine Ahnung mehr, wie der kommt. Und Big kommt! Oh Gott, erstmal boosten hier. Wir müssen uns den Drogenrausch rausboosten, ne? Boosten das Spiel. Okay, der Drogenrausch... Dieser Spruch, der war so schlecht eigentlich. Das kannst du beim Heilbooster gut machen. Und den Drogenrausch rausboosten. Das ergibt nicht mal Sinn. Ja, das ergibt wirklich keinen Sinn. Ähm, können wir bitte die Person jetzt so erlassen, wie es ist, dass ich so zumindest hier... Naja... Naja... Erster werde und Shadow so aufs Maul kriegt? Ich bin nicht so parent... Oh... Sehr gut, Shadow wurde abgestraft! Exzellent von Eggman! Exzellent von Eggie! Der Motherfucker! Fünfter für Shit, irgendwann nicht der Schlechte. Ja. So, jetzt kommen die Strecke. Übrigens ist die Strecke, die hier... der Blutrosse ja sehr gerne mag, ne? Ich kenn die net! Also ich hasse allgemein die Super Monkey Ball Strecke. Ich sag, ich sag, ich sag euch! Sobald ihr die Strecke sieht... Er wird sagen... Oh Shit, ich kenn sie doch! Ich muss aber lügen! Okay... Jetzt bin ich mal gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Dein Zuhause! So, dann los geht's hier! Und ja, Nice ist zu faul mitzufahren, deswegen ist er... dafür jetzt eingeteilt worden. Oh, AB kommt auch! Wir sind schwer! Oh mein Gott! Uiihihi! Das war's geil! Ich komm mir ein bisschen bekannt vor. Weil's mir ja auch aufgefallen. Das Spiel hat gar keine Mini-Map. Wieso brauchst du Mini-Map, Alter? Ich ne, Jens. Die richtig... Waren Profis brauchen sowas nicht. Es gab mal damals doch megaer Ding. Wer Mario Kart 8 auf der Wii U hatte keine Mini-Map-Souvenis. Weil wir müssen mal einmal hier mit Profis arbeiten! Ich hab mal gerne. Ich hab mal gerne. Ich hab mal gerne. Ich werd ich bin Erster. Wie lange noch, ne? Das ist jetzt wieder die ganz große Frage. Na gut! Er hat auf Small bekommen. Jetzt kommt's! Das ist mein Lieblings-Teil davon! Nicht! Du musst so scheiße driften, um das zu schaffen. Ja, ich seh schon. Ich seh scheiß 90 Grad hacken und alles. Ja, du musst vor allem ohne Speed driften. Was?! Scheiß Sonic. Der hat ge-cheatet! Hacker! Das ist die zweite Runde! Weiter so! Boah! Zum Glück ich ja dumm und benutzt einfach keine Boosters. Ja klar, er hat auch keine Drogen genommen. Deswegen macht das auch nicht. Doch! Sonic's Ess! Nehmt keine Drogen! Der trinkt keinen schlechten Energy-Trink. Jetzt doch Sonic mal kurz abstrafen. Ich glaub Sonic ist eigentlich einer der schlechteren eigentlich hier. Von den KIs jetzt. Zumindest bei diesem GP. Ich glaub... Ja, es würfelt ja immer aus. Und der Strom! Oh mein Gott, und der Strom! Wer mag's nicht? Willst du hier und der Strom stehen? Das hört man immer gerne. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin sprachlos. Ja! Ja, was war ich da eigentlich? Da war Waffe jetzt ja so unbeliebt. Sie holen auf! Sie kämpfen! Aber mach's davor! Sie überholen dich doch! Tja... Stell mir mal vor, du musst die Strecke nochmal fahren. Beschwöre es! Nicht herauf! Das ist die Runde. Du hast vielleicht eigentlich guten Vorsprung, aber... Das ist eigentlich mal schon ein Fehler. Ding, ding, ding! Dann kam eine Faust geflogen. Aber nicht in dein Gesicht. Na klar! Und der jetzt wird ein super... Fähigkeit! Und weißt du selbst, wer die mir jetzt nahe kommt? Ich hab immer noch die Superhupe hier. Jo! Gibt ja keinen Buu, der mir das denn klauen könnte. Das ist ja der Vorteil. Gab's Buu nicht eigentlich nur in Super Mario Kart? Ne, in 64 gab's denn auch. Gab's denn überall? Auch im DS-Time. Echt? Und Big lässt Froggy los! Big lässt Froggy los, oh mein Gott! Er lässt sie von der Angel! Ach, scheiß Big-Spiel, ne? Wer mein Big-Hater? Aaron Webber freut sich! Hm? Gegen den Charakter hab ich nix, aber sein Gameplay in Sonic Adventure 1 ist ein bisschen so... Ja... Na, Aaron Webber mag Big so sehr, der will immer noch Metal-Bicke-Kerz haben. Ja gut! Was hattest du gerade mal dir die Chefs mal gefragt von Sonic Team? Wow! Die haben's aber abgegeben, weil gesagt haben, der wär zu powerful. Achso, natürlich. Der wird wahrscheinlich selbst wenn der Sonic wegfisten. Ah, ich hab gleich mal raus! Der wird stärker als Omega. Oh yeah! So, jetzt kommt die letzte Strecke, das Finale. Die kenn ich! Übrigens, wir werden ja schon Forts ziehen, weil... Danach kommen die Credits, und die Credits werdet ihr uns nicht mehr hören. Dann kriegt ihr nur noch geile Musik. Von uns gesungen? Nee! Eingespielt! So richtig assi mit High-Risk-Quality! So, ähm, ja... 0-0-0-9... Was ist denn... Wer wird die Strecke fahren? Sag mal deine Meinung zu dem Spiel. Vielleicht zu dem EP, was du bislang gesehen hast. Ich werd... Ich werd mal einen guten Track suchen. Ja, ey... Also, das Spiel kenn ich ja schon. Gutes Spiel. Auch wenn ich nie diese Mission gespielt hab. Ich hab immer nur mit meinen Kumpels Rennen gefahren. Ja, ja, das ist zu schlecht für die Mission. Ja, genau. Ich mein, ich hab das Spiel ja auf Steam. Ich könnt's jetzt nachholen. Ja, oder doch aufnehmen, damit alle wissen... Weiß, dass du es ernst gemeint hast. Nee. Mh... Bada bam, bada bam, bada bam, bada bam, bada bam, bada bam. Also, was soll ich zum EP sagen? Also... Die Mission... Ich hab den Horror überlebt. Ich werd's schaffen. Yes! Boost! Yeah! Offs... Weil man in der Version kannst du durch den Laserstrahl fahren. Äh? Bei der anderen Version tut das weh? Yeah! Durch die Strecke geh ich ja glaub in Team Sonic Racing auch. Und dann... Dann kannst du das nicht machen. Dann fliegst du runter. Ja, du musst das machen, weil du sonst in einer Version kein AAA bekommst. Was?! Was?! Die Cheat doch! Genau! Die haben alle Todes-Itebs! Woh, das seh ich... das seh ich die ein, ne? Das seh ich doch nicht ein, oder? Ja, du bist gefickt. Jetzt kriegst du keinen Allstar. Ja. Na klar. Boah! Schon lustig... Schon lustig, dass sie Sonic 2006 Voice-Files benutzt haben. Ja, so lustig, dass das Spiel mich eigentlich hasst gerade, wortwörtlich. Ich kick da nicht mehr aus! So, guckt dir das an! Ihr müsst offensichtlich nicht selber reparieren. Ich hasse es, ne? Ja. Aufgeben, jetzt kommt es aber noch nicht in Frage, ne? Du hast einfach Schild als Zipter bekommen. Das ist sehr gut! Ich halt die Schnauze. Es ist doch unfair, oder? Das ist doch eins der Abfuck! Ja gut, aber Shady Bowling ist doch eigentlich safe. Dann kriegen wir noch den ersten Platz, also... Aufgeben kommt noch nicht in Frage. Also, wer bei dem Regiebogen nicht fahren kann, der hat einen Knall. Guck mal, du kannst die Leute einfach so missbrauchen als dafür Gator. Und dann überholst du die! Und dann rammst du den Arsch! Das kann man auch machen. Oh man! Du bist ja sogar zweiter jetzt! Sollte klappen! Oh man! Ich hätte es halt nicht gedacht! Noch eine Runde! Wer kann jetzt noch zulegen? Na wir! Wir machen jetzt den ersten, ne? Wow! Das war best Talent ever! Voll vorbei! Ba, 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 ja! Also, ansonsten... Ja, wir haben Joramison bestanden. Die GPs liefen nicht so ganz wie geplant. Ich meine, hallo! Es läuft so scheiße! Ich komm... Super, super, super! Vor... Ey! Amy! Danke! Danke, Amy! Du bist, du bist, du bist gut! Ja, auf jeden Fall. Sonst war es geilste PR vor. Es hat Spaß gemacht, vor allem mit Kommentatoren. Mit mir. Ja, mit dir auch. Ist ja klar. Du musst erwähnt werden! So, ich schlag' euch alle! Ich hab' euch alle gefistelt! So, ich bin stolz auf mich! Ja, und auf jeden Fall... Dankes dabei war bei diesem... Let's Play von Sonny Säger aus! Das Wiesing... Ich sag' auch nicht, was das nächste Projekt sein wird. Ich wär' jetzt geheim auch vor ihm, ne? Hey! Ich muss ein bisschen Piesel geweint sein! Und bin der Erste! Glückwunsch! Ja, auf jeden Fall. Das wär's jetzt! Wir seien doch die Siegerehrung und dann... Ja, sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder! Bis dahin! Ja. Ja. Ne, die Schau kommt noch nicht gleich! Das ist Scheiße! Hahahaha! Baaa-Baa-Baa-Baa-Baa-Baa-Baa-Daa-Baa-Baa-Baa-Daa-Daa-Daa-Dダp-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh mein Gott! Seht ihn euch an, ein Bild von einem Mann, Eggman. Ja, ein wirklicher Mann, ne? So. Und bis zum nächsten Mal, bis dahin, und... Apple Control! Und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Ich bin. Ich bin, ich bin. Ich bin. Ich bin, ich bin. Ich hear mein Name blow through the wind. Temptation, a chase, but who knows where it goes I don't have a choice, the race begins Leaving behind a life that nobody chose One foot after the other We will find our way through One day after another Come on and let it rip I've gotta be so much more than this And I'm gonna try I'm calling it with this kind of list We're saying goodbye Cause I can't hold back, no more turning back Till I find my way back home And I know I've gotta be so much more than this But what can I be, it's not me I've gotta be, I've gotta be, I've gotta be so much more I feel the pressure raining down Like a hand on my heart that's stopping me to breathe You were never the one to let me down Now you ripped up my heart, I don't want to believe One foot after the other It won't all become clear One day after another And sing it with me now I've gotta be so much more than this And I'm gonna try I'm calling it with this kind of list We're saying goodbye Cause I can't hold back, no more turning back Till I find my way back home And I know I've gotta be so much more than this But what can I be, it's not me You can't help out my destiny Gotta be lost before I can be found Drop the guitar! Drop the guitar! And sing it with me now One foot after the other We will find our way too We will find our way too One day after another One day after another I feel the pressure Much more than this And I'm gonna try I feel the pressure We love it, all of us will save the night, 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 night No more can we, till I find our way back home We love it, we love it, so much more than this But what can I be, it's not true We love it, we love it, we love it, so much more than this No compromise, we love it, so much more than this